«Was ist ein Kreisel?» fragte Robert. «Damit haben wir früher gespielt!» antwortete der Grossvater. Luca, was ist das? Äh, Entschuldigung. Erstmal muss ich dir das ja wegnehmen, gell? Ja. Jeder hat das Recht auf eine zweite Chance. Jetzt geht's aber, gell? Ja, bitte. «Also, damit haben wir früher gespielt!» antwortete Lakshmi. Rausen! Was? Rausen, sofort! Los! Balli! Und du musst gar nicht mehr kommen. Nie mehr! So, machen wir das Diktat noch fertig. Ja, Kadri? Sie, Sie haben aber gesagt, dass jedes Recht auf eine zweite Chance hat. Ja, ja, eigentlich schon. Aber nicht Lakshmi. Weisst du, wie sie eben keine Schweizerin ist?